Ich bin hier im Platten & Blom und ich werde gleich Mellowboard fahren. Das ist ein Skateboard mit Antrieb. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe noch nie überhaupt auf einem Skateboard gestanden und mal schauen, wie es wird. Das Mellowboard bzw. der Mellow Drive ist ein Antriebssystem, den man unter jedes Skateboard und Longboard bauen kann. Wenn man angehalten wird von einem Polizisten, dann steht das immer offen, was dann eigentlich passiert, aber grundsätzlich ist es verboten. Das ist ein Sportgerät, in eingezähnten Privatgeleunde kann man das fahren. In Ländern wie USA und Kalifornien, da sind Elektroscaper schon legalisiert und da boomt das total. Geil, man muss wahnsinnig gucken, erstmal die Balance halten. Ganz empfindliche Fernbedienung, startet so mit 10 kmh, langsam auf 15 und für Anfänger wie mich ist dann bei 20, 25 Schluss. Aber man muss sich vorstellen, damit 40 zu fahren, das muss der Hammer sein. Das muss sein wie Porsche auf dem Nürburgring. Kann man nur empfehlen.